Die Finanzwelt ist voller schlechter Nachrichten. Schluss mit dem Finanzdrama. Her mit der Finanzkomödie. Zinsen auf Rekordtief. Nee, du, Anlagen machen doch heute wirklich keinen Spaß mehr. Ach, Geld ist doch nicht alles. Warum geht's denn heute sonst, wenn nicht um Geld? Feng Shui. Was für ein Ding? Feng Shui fördert die positive Lebensenergie, das sogenannte Qi. Ist das der Bruder von Hatschi? Horst. Erika, was ist bloß endlich gefahren? Qi, meine kleine Antilope. Warum ich? Ja, jetzt wird gelebt. Schluss mit Couch und Fernsehen. Oh ja! Warum ich? Erika, ich mag nicht. Ja, ich dafür doppelt. Herr Petri, unser unabhängiger Finanzexperte. Ich dachte ja schon, Sie kommen heute gar nicht mehr. Ja, ich auch. Mein Mann und ich, wir wollten gerade... Bleiben Sie, bleiben Sie, solange Sie wollen. Sie können ja auch übernachten. Mir hat's sehr gut gefallen. Es war kurzweilig. Es war amüsant. Die Zeit ist wie im Flug vergangen. Das ist eigentlich ein schönes Zeichen dafür, dass es echt ein schönes Stück war. Tagesgeld, Sparbuch, Bundeschatzbrief. Aber heute ist doch auch eben alles so unsicher. Und außerdem habe ich viele schlechte Erfahrungen gemacht. Ach, womit denn konkret? Sehen Sie doch, oder? Also ich bin ja wohl die beste Anlage deines Lebens. Und warum kostest du dann nur Geld und bringst keines? Allein dieser Körper ist ein kleines Vermögen wert. Ja, das stimmt. Dann wirf endlich mal was ab. Also 20 Prozent reichen mal zum Anfang, nicht, oder? Also ich finde Sie wirklich ganz gut, so wie Sie sind, Frau Nolte. Wollen Sie sie mitnehmen? Früher, da war ja auch ich ein Renditejäger. Ich war immer auf der Suche nach der ultimativen Anlage. Also die ultimative Geldanlage müsste viel bringen, nichts kosten und dürfte keine Probleme bereiten. Ach, und die ultimative Frau viel putzen, wenig Geld ausgeben und dem Herrn alles recht machen? Und stumm sollte sie auch sein. Es ist der Funke übergesprungen. Und ich denke im Publikum, und ich saß ja auch im Publikum, hat man das gespürt, dass es locker unverkrampft war, aber dass Botschaften schon auch rübergekommen sind. Tagesgeldkonto. Meist liegt hier wirklich viel zu viel Geld. Für den Notfall reichen ja bei den meisten Leuten 5.000 bis 10.000 Euro. Na, so viel ist das aber nicht. Das ist gut. Das ist viel, viel mehr. Oh, und die Inflation sorgt dafür, dass sie sich jedes Jahr immer weniger in den Einkaufswagen packen können für ihre 100 Euro, weil nämlich... Die Inflation den Wert des Geldes Stück für Stück wegfrisst, bis am Ende... Nix mehr da ist. Deswegen spricht man ja auch von der Realzinsfalle, weil man zwar Zinsen bekommt... Die aber so niedrig sind, dass das Geld real weniger wird. Nenn mich Finanzzorro. Die Frauen lieben mich doch nicht wegen meines Geldes. Oh, wegen deines Aussehens? Nein, wegen meiner inneren Werte. Cholesterin und Blutzucker? Was würden Sie sagen, wenn Ihre Kinder nach Ihrem Tod das ganze Geld einfach abheben und sofort wieder ausgeben? Von wegen. Ich habe doch nicht mein ganzes Leben dafür gearbeitet, damit die das auf den Kopf hauen. Ganz genau. Und genau deshalb sollte man einen größeren Teil seines Vermögens längerfristig anlegen. Ach, Sie meinen als Kindersicherung? Insbesondere fand ich sehr gut, dass wichtige Botschaften amüsant verpackt worden sind. Finanzen und Feng Shui haben ja eine Menge Gemeinsatz. Bei beiden geht es darum, Ordnung zu schaffen. Ach, Sie meinen, was haben wir wo und was brauchen wir? Ja, ganz genau. Ja, wer weiß das schon. Bei Finanzen, im Haushalt. Ach, da habe ich die Hälfte gerade weggeschmissen. Ja, das kann man bei Finanzen auch. Sehen Sie, Stößchen. Ja. Und man sollte seinem Geld Namen geben, je nachdem, wofür das Geld gebraucht wird. Also zum Beispiel könnten 10.000 Euro vom Sparbuch dann Weltreise heißen. Traumbadezimmer 2020. Neues Auto 2017. Neuer Mann heute Abend. Nennen Sie mich einfach Erika. Gerne, Frau Neute. Stößchen. Wir haben soeben das Finanz-Feng Shui erfunden. Sie meinen, um, um, Euro, komm. Stößchen. Hörstie. Na, auch wieder unterlebenden Horst. Was sollen wir denn jetzt konkret machen? Einschenken. Nein. Ich meine mit unserem Geld. Neue besorgen, die hält nicht mehr. Es hat mir sehr gut gefallen. Es war sehr kurzweilig. Ich fand hier so charmant gelungen, inhaltlich das Thema Vermögenstrukturierung zu spielen, um mit dem Kunden in den Beratungsprozess einzusteigen. Stellen Sie sich vor, Ihr Wohnzimmer ist eine dreispurige Autobahn. Und stellen Sie sich jetzt weiter vor, Sie sind ein Auto. Was für ein Auto wollen wir denn sein? Ein Leichenwagen. Rechts fährt man langsamer, aber sicher. Und links geht schnell und ein bisschen riskanter. Ja, da fahr ich rechts. Erika! Da vorne der Laster. Fahr nach links. Da geht's zur Rendite. Ich fahre, ich entscheide. Nein! Wohl! Vorsicht! Totalschaden. Voll, Erika. So wie Sie fahren viele Anleger, Frau Nolte. Immer nur auf einer Spur. Ja, warum auch nicht? Ja, wegen der Inflation. Ein Airbag schützt Sie und Ihr Geld beim Unfall. Gib bitte her. Du hast genügend Knautschzone. Und jetzt kommt das Beste. Lukas, der Lokomotivführer. Der Finanzchauffeur? Sie sitzen als VIP bequem hinten und genießen die Fahrt. Da vorne der Laster. Hätten Sie noch was von dem Sektor? Verstehe. Ich denke, Frau Nolte. Nicht denken, Günther. Machen. Ein Horst und eine Seele. Vermögen strukturieren war noch nie lustiger. Altes raus, neues rein. Ich liebe aufräumen. Ideal geeignet für den neuen Beratungsprozess. Und außerdem für Erika. Alle.